Jerusalem, Jerusalemer und Jerusalemer, 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 Arabisch all kurz die Heilige. Türkisch Kudüs ist eine Stadt in den jüdischen Bergen zwischen Mittelmeer und Totenmeer und hat 804.355 Einwohner. Sie wird sowohl von Israel als auch dem Staat Palästina als jeweils eigene Hauptstadt angesehen, beide Ansprüche sind international umstritten. In Jerusalem befinden sich der Sitz des Staatspräsidenten, die Knesset und das oberste Gericht als Teil des politischen Systems Israels. Die 1918 gegründete Hebräische Universität sowie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und Israel National Cemetery. In Jerusalem begegnen sich viele Kulturen der Antike und Moderne. Die Altstadt ist in das jüdische, christliche, armenische und muslimische Viertel gegliedert und von einer Mauer umgeben. Der politische Status der Stadt ist international umstritten und Teil des Nahostkonflikts. Das gesamte Stadtgebiet steht unter der Kontrolle Israels, Ost-Jerusalem, das bedeutende religiöse Städten des Judentums, Christentums und des Islam beherbergt. Wird von gemäßigteren Palästinenser-Organisationen jedoch als Hauptstadt eines zukünftigen palästinensischen Staates beansprucht. Während radikalere Palästinenser-Organisationen die gesamte Stadt als Hauptstadt fordern. Name Die Stadt trug historisch verschiedene Namen. In ägyptischen Ächtungstexten aus dem 19. und 18. Jahrhundert v. CHR erscheint erstmals die Buchstabenfolge YRWSLM als Name dieser Stadt. Sie wurde vermutlich Roshalimum ausgesprochen. In den Ammanar-Briefen aus dem 14. Jahrhundert v. CHR ist URWSLM belegt in den assyrischen Annalen des Sanherib, der die Stadt im 8. Jahrhundert v. CHR belagerte URWSLM im MU. Die im hebräischen und aramäischen gebräuchlichste und auch älteste Form ist YRWSLM Jerusalem. Daneben ist eine Kurzform YRSLM und noch kürzer SLM Jerusalem belegt. Die Bedeutung des Namens ist wahrscheinlich Gründung des Schalim oder eventuell Palast, Stadt des Schalim. Schalim war die kanaanitische Gottheit der Abenddämmerung, möglicherweise der Patron der Stadt. Die von den Rabbinen gegebene, nach wie vor populäre Deutung des Namens als Stadt des Friedens ist eine Volksetymologie. Danach soll die Kurzform des Stadtnamens Salem mit dem hebräischen Wort Schalim verwandt sein. Der heute übliche hebräische Name Yerushalayim ist eine feierliche Dualform und kam erst in der Zeit des Zweiten Tempels auf. Diese Form wurde später von den Masoreten nachträglich als biblische Lesart festgelegt. Poetische und religiöse Titel wie der biblische Name Zion oder Heilige Stadt bezeichnen Jerusalem als Wohnsitz des einen einzigen Gottes. Den Juden und Christen verehren.